so meine Damen und Herren willkommen wieder zurück ich beginne sofort hier alles ich habe super gelernt dankeschön und wir müssen sofort das eine buche machen weil sonst ist die zeit weg ich weiß noch nicht mal was ich machen sollte ein kochte auch nein jetzt habe ich das ich mache jetzt einfach ein kochtipp ich mache hier auf gut glück mit dem plastik und machen was für mikrowelle wenn es nicht klappt dann muss ich mir was anderes einfallen lassen so bop 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 fortsetzen fortsetzen und ich habe das also ich hier einfach verabschiedung und dann geht es weiter warum mache ich das sieht irgendwie lecker aus wenn ich nicht machen falsche sarkastisch vielleicht passt das nie passt nicht ich muss immer so auf die zeit aufpassen das gericht ist mir stark angebrannt meiner blick dankeschön die bereits ist richtig nur dass die ich nicht welche zuckt hat als nächstes kommt ich habe mal kurz bis das essen fertig ist wie sieht es aus so recht okay aus oder sieht recht okay aus und ein püree ernster kommentar jetzt ist das ganze vergessen zu gucken mensch das war ja knapp computer ist am hochladen naja gut dann gehen wir mal kurz arbeiten dafür vier stunden schuhe putzen das video kommt recht gut an und wir machen die sofort weiter danach müssen wir schlafen gehen danach müssen wir essen gehen eben nicht gut so und so da passt es nicht ganz aber es passt 16 stunden hochladen 18 stunden rendern ist egal was ich rein und niemand titel werden interesse milch praline sollten mich berlin sein mit 95 ist recht gut so dann gehen wir was essen ja kommen wir noch eine party umziehen und dann ab auf die disco aber morgen ist dann die die schule ich weiß nicht ob das eine ganz gute idee war jetzt so hinzugehen aber ich glaube das passt schon immer müssen wir zwar morgen die prüfung schreiben aber das ist glaubt das kriegen wir schon warum auch nicht wir sind wenn sie wir packen alles ja wir werden so hin zum event gehen was anders weil ich mich anziehen sehr schön genug aus ich bin ja hier um youtube zu machen nicht um irgendwie schick auszusehen und das ist sogar prüfungstag naja gut oh mein oh oh die sieht ja und die tanz mit der her schick schick in echt um die 60 ist vertreter von bachs okay und da kann ich nur reden oder was na gut dann müssen wir mal beim shop reden mal gucken was es da gibt und da kann ich ja auch mit demsel reden ich war mal die freut sich schon Prozent Bladen die Prozent Prozent Bladen hier ist es sei nicht vorzusehen jetzt habe ich das nicht gelesen naja gut ist egal wenn hier ein bisschen Party mitmachen und ein bisschen hier Kontakte knüpfen so kochen übers Kochen reden tanzen naht muss ich warten müssen damit was sie mitreden tanzen ich liebe der jetzt bin ich stehe nicht auf höchste Beziehung warum warum will niemand eine feste Beziehung danke und das unangenehessen tanzen dann noch mal tanzen ich hoffe das ist schon okay so na komm jetzt mach ein bisschen hin ich will hier im Bund tanzen der Anzen warum hatten das jetzt alles abgewählt er geht gehen wir nach hause gehen wir nach hause jetzt Prüfung 17 Uhr abends 1 ach nein ich will aber nicht der Computer ist eh am beschäftigen gerade und ich habe das falsch gemacht jetzt hat erklären neues Video jetzt geht's los ich soll ein Rezept erklären ich werde zwar das Geld noch bekommen was fortsetzen meinen sie das werde ich dann gleich machen ich werde mal gucken was ist dagegen also irgendeine parodie wurde gemacht du hast die falsche zukunft zu dings genommen sinnloser kommentar zukunft ich habe eine falsche zukunft nutzt ich erinnere mich nicht das ist das hier ernst gewesen es war das wahnsinn löser kommentar die stunden ich packe das nicht ich packe es nicht tut mir so leid ich nehme ich das gelten ich krieg hier gar nichts mehr jedenfalls aber noch rezept erklären zum hochladen ich hätte 36 dollar bekommen jeder liebt menschen die sich selber lachen ok ich habe ein paar benenten bekommen wie schlecht so und jetzt muss man einkaufen gehen einkaufen wir brauchen mich wir brauchen das messer ja ok hier ist man nicht dran denke so wie gehen wir ein bisschen schuhe putzen danach gehen wir ein bisschen autos waschen danach gehen wir noch mal schuhe putzen danach gehen wir noch mal da gehen wir oma helfen was werden wenn das alles stimmt dann wären es 60 70 euro das wird ziemlich geil ich kann da nicht ich habe jetzt genug zu tun so wir haben extrem viel geld das ist schon mal sehr sehr nice so gucken ob man auch beides hinkriegen also ich weiß nicht ob ich noch mal in die schule jetzt muss ich glaube ich muss jetzt schlafen gehen schlechtes video ungeeignete sachen ich bin gespannt jetzt schleppen wir uns noch zum arbeiten wie ich einfach gleich einschlafen so ich muss mal wieder lernen gehen ich möchte mal zwei mal lernen da gehen wir noch mal arbeiten äh zeltung austragen und dann nach machen wir noch mal ein neues video eigentlich würde ich einkaufen gehen bzw ich bräuchte dann mal ein neues rezept mir fällt aber ein ich müsste den part jetzt mal wirklich beenden ich mache noch die beiden sachen gut ist obwohl das besser würde ich dann doch schon gerne mal kaufen noch bevor ich das nächste mal vergesse so skill punkte nimmer satt ich kann ein rezept mit einer zutat mehr machen das ist sehr nice das ist das was ich eigentlich wollte so werden wir noch mal mit uns unterhalten und dann gehen wir einkaufen so gehen wir erstmal unterhalten und danach kaufen wir ein und danach beende ich den ganzen part und würde sagen kundin gadget empfänger messer rührschüssel mehr gibt es nicht okay einen kommen wir machen wir machen noch ein rezept wir machen noch ein rezept und zwar machen wir was fleischliebhaber mit rinder zwiebel und schwarzen pfeffer ja ich glaube das passt schon recht gut recht recht gut wo wird es fleisch heißt es bei mir speichern so öffnen ausgezeichnetes rezept ich will einfach mal sagen wenn ich der ganze part gefallen hat gibt noch um wenn nicht einen daumen schreibt in den kommentar ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht und dann bis zum nächsten mal sagt euer menneser wort ciao ciao